Noch so eine unverschämte Bemerkung und ich drücke dir wieder das Chloroform unter die Nase. Aber diesmal gieße ich die ganze Flasche aus, da wachst du nie mehr auf. Raus damit, wo hast du das Los versteckt? Mit dem verhandle ich dich. Der Alte macht mich wahnsinnig. Der soll nicht immer der Alte sagen. Du schnapp nicht gleich über und tu ihm den Gefallen, was ist schon dabei? Also gut, Admiral. Was ist denn los? Ein Los der Lotterie National. Das ist mit einer Million Franc herausgekommen. Wo hast du das Los? Er soll nicht du zu mir sagen. Ich bring ihn um, ich bring ihn um. Ich bring nicht dich um, Alter, ich bringe Sie um, Herr Admiral. Verstehen Sie mich? Das wäre ein schlechtes Geschäft. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Oh, eine schöne Mütze. Und zu neu. Pane los. Na, was ist, jetzt haben Sie Ihre Mütze. Sagen Sie schon, wo ist das Los? Wirklich, die Mütze ist in Ordnung. Und genau meine Kopfgröße. Also, wo ist das Los? Aber ihr könnt mich totschlagen. Es ist nicht meine alte Mütze. Sie drückt. Jetzt werde ich dir was sagen, mein Alter. Du denkst, du kannst uns hier verschaukeln, dir den Bauch vollschlagen und in Ruhe abwarten, bis man dich findet. Nicht bei uns! Bis jetzt haben wir nur deine Mütze in den Fluss geschmissen, aber nun bist du dran. Weißt du, was da drin ist? Salzsäure. Ich nehme an, das sagt dir etwas. Da löst du dich wirklich in Luft auf. Da könnt ihr dich suchen, bis sie schwarz werden. Von dir gibt's da nichts mehr. Nicht mal einen Fingernagel! Jetzt denkt nach! Sie drückt doch! Habt ihr die Dielen nicht aufgerissen? Dielen aufgerissen? Das hat schon genug Krach gemacht alles. Da steht ja nicht mehr ein Bein auf dem anderen. Da ist der Wurm drin, eine ganze Armee von Würmern. Ist alles wie Zunder da. Ihr braucht nur das Bett wegzuschieben und in der Ecke die Dielen hochzuheben. Und in dem Kästchen ist das los? Na, je mehr ich darüber nachdenke, nur da kann es sein. Alles, was ich für meinen Leuten verbergen will, tue ich da rein. Mein Testament, mein Geburtsschein und meine Liebesromane. Ninette ist doch hinter sowas her wie der Daimel. Jedenfalls da ist das los. Ich bin eigentlich sicher.